Was fühlst du, wenn du an die Fans, wirklich nur an das, was sie dir gegeben haben, denkst, an die Kölner Fans? Ja, was soll ich fühlen? Ich fühle alles. Herzblut, Leidenschaft, alles. So wie Fans halt sind, so wie Kölner Fans sind. Ich glaube, die Verbindung zu den Fans oder generell auch zu den Ultras oder zu der Südkurve, die ist stark und die ist nah. Und ich stand selber vorher in der Kurve oder im alten Müngersdorfer Stadion und war einer von denen. Ich habe früher Pfandbecher gesammelt, um über die Runden zu kommen und so weiter. Daher, ja, ich weiß, wie Fans sind, wie Fans leiden, was Fans wollen, wie Fans ticken. Daher besteht eine enge Beziehung, vor allem zu der Südkurve, zu den Ultras und so weiter. Und dass ich immer gesagt habe, ich bin einer von denen, das ist immer so, das hat sich heute nicht geändert. Und das wird auch immer so bleiben. Und für mich sind Fans Fußball, Fans sind Leidenschaft und Fußball ohne Fans ist nichts. Was war dein höchster Becherturm? Wie viel hast du hingekriegt? Weißt du es noch? Du weißt noch, mein höchstes war mal 25 Mark. 40, glaube ich, 40 Becher. 40 Becher? Ja. Ja, da hast du ein Ticket schon mal drin und für die Woche noch ein bisschen was. Ticket hast du schon mal in der Eintrittskarte drin. Damit ging es immer nach Hause. Ach so, okay. Tickets verkaufst. Ach, du hast die Tickets verkauft? So, da muss ja über die Runden kommen irgendwie. Man hat ja als Jugendspieler immer Tickets bekommen. Ach so, ja, okay. Und da ich ja immer früher schon geschäftsüchtig war, jetzt sieht man das ja mit Kebab, Mangal, habe ich immer die Tickets von Spielern genommen, die irgendwo weit gelebt haben, die nicht zum Spiel kommen konnten, weil die in Köln gelebt haben, die ganzen Spieler, die sind halt selber gegangen, alleine oder mit Familie. Und es gab natürlich auch Spieler in der A-Jugend, B-Jugend oder auch in der unteren Klasse, wo ich gespielt habe. Einer hat in Aachen gewohnt oder einer irgendwann dann in Richtung Eifel. Die sind halt nicht zum Spiel gekommen, weil es so weit war oder nicht die Möglichkeit haben. Und zu dem, ich höre mal, brauchst du ein Ticket? Nein, gib mir, gib mir, gib mir. Da hast du irgendwie sechs, sieben, acht Tickets. Hast du sechs, sieben verkauft vor dem Stadion. Hast du in Döner gekauft, hast du ein bisschen Kleingeld gehabt, ins Stadionspiel geschaut in der Südkurve. Nach dem Spiel unter Oberrang abgelaufen, 40 Böcher abgegeben, 40 Mark und ab nach Hause.